So Leute, was geht ab? Wir spielen heute so lange, bis ein Kleeblatt kommt. Soviel dazu und Trashy ist dabei. Puh, Kleeblatt. Hey, ihr habt nie Glück im Leben. Das dicke braune Ding in Trashys Cam ist ein Flag. Das ist ein Flag, den hat Trashy nicht gesehen. Dieser Flag, der geht jetzt auch nicht mehr weg. Also dieser... Also... Oh mein Gott, let's go, Kleeblatt. Das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann... Okay, Trashy, mach mal einen guten Play. Ja, warte, warte, warte. Wenn jetzt ein Kleeblatt bei mir kommt, dann mach ich ein Liegestütz, weil mehr als ein krieg ich nicht hin. Pass auf, pass auf. Warte, pass auf. Kommt noch, kommt. Warte, warte, der kommt auch noch. War das ein Double Play? Ja. Let's go, Trashy! Das wird ein geiler... Das kommt jetzt wie ein geiler Schuss. Trashy, bekomm mal ein Kleeblatt. Wenn du jetzt ein Kleeblatt hast, dann hast du jetzt ein Kleeblatt. Was? Was machst du jetzt? Hallo, hör mal auf, so gut zu sein. Nein! Ich muss da hinten die Kleeblatt bekommen. 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 Ich muss da hinten die Kleeblatt... Juni, er spielt einfach Pay to win. Oh, Trashy, dein Moment hier. Guck mal, das ist wirklich gut. Du musst dich jetzt da unten ins Loch reinstellen, dann musst du basically in das schwarze Loch reinschießen. Was soll ich machen? Jetzt nach rechts gegen den Bumper. Mit 100 Geschwindigkeit. Der Macher! Hast du ehrlich nicht verstanden, was du da gerade gemacht hast? Ja. Ich hätte Lust, dass... Das trifft dich noch. Ich hasse mein Leben. Nicht ins falsche Loch. Nicht wieder ins falsche Loch, Trashy. Na! Hallo! Servus! Ja, ich tue jetzt, oder? Das war es dann komplett. Warte, 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 komm, komm, komm! Na! Warte, so muss ich schießen. Das ist schon was werden. Na! Jetzt pass auf. Doch, das wird jetzt was. Na! Warte, warte, ich schieße da durch. Ja! Ja! Juhu! Ist da irgendwie... Dreck? Auf meiner Kamera? Sorry, aber ein bisschen Dreck im Video gesehen. Ja, komm, ich ziehe durch. Warte, warte... Guter Play, guter Play, guter Play, da... Es hätte von links kommen müssen, nicht von rechts. Warte, der kommt noch. Der kommt noch. Der kommt noch. Triple Play, Triple Play. Der kommt noch. Nein! Nein! Ich schieße jetzt durch die beiden Bumper, ohne einen Bumper zu berühren. Schau hin. Das ist deine 25. Drohne. Oh, Bouncy Ball. Okay, jetzt kommen die ganzen Fun-Waffen. Das heißt... Nein! Nein! Believe in you. Komm, tu es. Tu es. Nein! Alle Kinder lernen... Nein! Oh mein Gott, ich hab die Waffe. Und jetzt werde ich dich töten. Oh mein Gott! Egal. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Das hat's sofort, Digga. Spiel ist so erbärmlich, Digga. Wo ist das Kleeblatt? Johnny, das trifft es nicht. Seit einer Stunde nehmen wir jetzt gleich auf. Wir nehmen jetzt schon seit einer Stunde auf. Du musst aber auch richtig overreacten, wenn du das Ding bekommst, damit ich so ein richtig geiles Outro machen kann. Oh mein Gott, ist das geil! So ungefähr, ja. Aber halt real, ne? Das Video geht dir schon länger als eine Stunde. Das heißt, ich muss wieder einen krassen Outro-Song aussuchen. Sonst ist das nicht gerechtfertigt. Ich hab so viel Pain in dieser sch*** verdammten Folge. Ich... Juni, dieses Spiel ist so eine Schlange! Der geht durchs Portel und trifft dich dann nochmal. Kannst du bitte aufhören, Waffen die ganze Zeit zu schießen, die mich immer zu 100% treffen? Ohne Skill? Ist das so, wenn man 100 Level hat in diesem Scheitspiel, dass man nur noch Waffen bekommt? Ne, ich hab keinen Bock mehr. Eine Stunde 10 meines Lebens verschwendet für ein 3 Minuten Video auf Ofis Kanal. Chashi, ich hatte nicht vor, so lange ein Video zu cutten. Bekomme das Item, ja? Bekomme die Waffe. Wie gesagt, du musst richtig krass reagieren, wenn die Waffe erscheint. Man könnte ja auch was Produktives in seinem Leben machen, weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, man könnte schlafen. Ich wär so gern in meinem Kühlstuhlbett am Pennen. Maaaann! Also ich weine wirklich gleich. Du machst Wein? Ich weine. Du gehst jetzt in die Brauerei und brauchst Wein? Ja, weißt du, bitte. Ich verschieße. Ich hab das Kleeblatt, guck mal! Wartest du? Wartest du? Du sollst überreagieren! Hallo! Du sollst überreagieren. Du sollst überreagieren. Hast du's echt geglaubt? Ich hab's gerade rechts rausgeschossen. Jaaa! Warum hast du's rausgeschossen? Weil du safe standest und man könnte dich eh nicht treffen. Chashi, mach doch jetzt mal eine over-exciting reaction. Ich hab das Ding grad bekommen. Ich glaub, dass du mich immer noch bearschst. Digga, du musst halt aufpassen. Ich hab's dir gesagt. Wenn das ging, komm bitte. Leute, das Video ist zu Ende. Wiederschau und reingehauen. Vielleicht ist es einfach wieder auf Google verloren, Digga. Und tschau! Heute wird es affig bei Panda, Gorilla & Co. Freuen Sie sich auf die witzigsten und liebevollsten Erfengeschichten aus dem Zoo und Tierpark Berlin. Jep.